Morgen Und nicht Papa Katinka, seit du auf der Welt bist, bist du davon überzeugt, dass dein Vater ein Heiliger ist Aber du kannst ihn doch nicht einfach nach 25 Jahren vor die Tür setzen und ich meine, wo soll er denn jetzt wohnen? Auf seiner Yacht zum Beispiel Und wenn Papa sich entschuldigt und die Yacht wieder verkauft? Es gibt nichts, womit er sich entschuldigen könnte Katrin Das ist Pietro Was ist er? Pietro, das ist meine Tochter Katrin Guten Abend Sie habe ich doch schon mal gesehen, oder? Er war in der Akademie? Ja, also ich gehe dann ins Bett Aua! Peter Isabel! Peter Isabel! Mach die Tür auf! Hey, geht das Ganze auch ein bisschen leiser? Isabel, bitte! Hey! Mach die Tür auf! Dixer!